Liebe Freunde des gepflegten Offroad, ich begrüße euch. Es ist wieder mal soweit. Endlich ein Offroad-Video. Heute aus Peckwilz unterwegs waren wir mit Dachlackschrauber. Und ich denke, die besten 10 habe ich ganz gut zusammengeschnitten. Aber entscheidet und seht selbst. Viel Spaß dabei. Es geht los. So. Gucken, bis die beiden aus der Hose gucken. Dach, dach. Und CocaV. 16. Mai 2020. Nach der Corona-Krise. Endlich wieder den Peckwitz. Und es sind auch schon... Der Rest ist aufgeregt, es ist Samstag. Heute März gibt es noch ein wenigere Leute. Ja, jetzt gucken wir mal die Länder, wie es da aussieht. Und schicken wir uns mal zurück. So schön für mich. Komm jetzt. Jetzt starben schon mal wie Sau. Jetzt haben wir schon eingezau'n. Wir sind immer gespannt. Wir sind auch schön weggegangen. Wir sind auch schön weggegangen. Ah, guck mal hier, Maike, die baggert. Ja, ne, ist klar. Wir fahren die Runde, steigen wir nicht an. Alter, das hat der da nicht gebaut. Ohne Warthose. Ja, ohne Warthose. Völlig hammerkratt. Das sieht gewollt aus. Ja, das. Das sieht auch sehr schön aus. Sie ist auch alles frisch gemacht hier. Alte Scheiße. Ja, Micha, komm, mach mal. Machen wir den Weg frei. Mit deinem fettem Profil. Ah, liegt auf. Die Spitzendinger sind ober Scheiße. Oh, das Loch ist interessant, Micha, was gleich kommt. Ja. Ja. Das ist ordentlich. Ja, das ist zu beichter sein. Ja, das ist doch. Jawoll. Entschuldigung. Ich glaube, es ist ein schöner Stab. Ja. Ja, wenn sie wie die Henkel sind. Oha. 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 Was ist damit einearágliche F лиber? Oha. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das ist nicht mit Schräg. Das ist das Problem. Oh ja, geht. Alles beschmeidig. Jawohl. Sehr schön. Läuft. Läuft. Hier ist wird's trocken. Das ist schlimm. Das sieht zwar schlimm aus, aber... Das ist nicht so schlimm. 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja. Musik 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 Musik